Wir hatten die Sicherheit, wir haben den zweiten Ball genommen. Grundbewegung ist jetzt Achtung, nicht gerade werfen, sondern diagonal. Das war unsere Grundbewegung. Diagonal werfen. Und haben unser Muster wieder dreingenommen. Hände, Kopf, Hände, Kopf. Jetzt verkürzen wir es. Wir gehen an die Knie oder an die Füsse. Nacheinander und dann wieder versiehen.